Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together, dem Damakash-Server mit Usreiter. Hallo und recht herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, du bist noch irgendwo... Also Sonne geht gerade unter, sehe ich gerade. Ich meine, dass ich vorhatte, dass... Sollen wir gerade schlafen? Du bist doch in der Stadt, da gibt's auch Betten, ne? Die geht unter. Okay. Macht Sinn, oder? Ja. Im hellen Arbeiten ist es einfacher. Monster kommen ja nicht, aber... Ich lieg schon, hast du ein Bett gefunden? Ich such's gerade noch. Erstmal vielleicht Türen zu machen, ne? Beschwert sich nachher noch einer. Ja. Ist ja ein Sonne. Es geht auf jeden Fall bergab. Also bergab. Das ist die U-Bahn-Station, ne? Ich glaube, der will ich dann... Habe ich ein Bett dabei... In der Stadt, du warst in der Stadt. Kommst jetzt hierher gefahren dann, oder was? Ne. Ist kein Bett in der Nähe. Guck mir gerade... Sag's, was schreibt, wenn's so ist. Ach, hier steht ein Bett. Oh, ich hab eins. Gut, dann. Gut, dann... Stehen wir jetzt wieder auf. Wunderbar. Dann haben wir wieder einen neuen Tag angefangen. Können wir wieder bauen. Ja. So. Jetzt bin ich nur... Hier, da sind die Schienen, da musst du zur Kathedrale gehen. Okay, da muss ich auf jeden Fall hoch. Oh, oh. Hier entsteht Autoscooter von HSLP. Okay. Ich glaube, da wollte ich mal meinen... Ich glaube, da wollte ich mal meinen... Weg durchbauen. Dein Weg? Ja, der Weg zur Stadt. Okay. Ja, hier, hier hab ich den schon... ...ausgehöhlt, wenn ich's mal... Hättest du mal ein Schild hingestellt, oder? Ja, hier entsteht ein Weg. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir doch mal erst mal hier ein bisschen was machen. Tschüss, Schaf. Und tschüss, Schaf. So, hier müssen wir auch höher kommen. Na komm schon, jetzt dreh doch. Es ist immer schön, wenn das Mausrad nicht so will, wie man selber will, ne? Na, das hab ich eigentlich kaum das Problem. Ja. Aber man kann ja den Weg am Autoscooter vorbeiführen, ne? Das ist ja dann Werbung. Macht er das? Ich glaube, da muss einer hin. Und den kann ich nachher wahrscheinlich wegmachen. Das geht so nicht. Jetzt geht's, oder? Oh, jetzt würde er den Stein da nicht hinsetzen. Jetzt aber. Hm. Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? Hier war Kies, ne? Jo. So. Nehm ich mir mal den ganzen Kies, oder? Vielleicht Erde als Ersatz drin. So, das ist auch egal Kies. Ich glaube, da muss da ein Hilfsstein hin. Und Eisen? So passt's, glaube ich. Aber Eisen braucht man nicht unbedingt, ne? Nicht, dass ich jetzt wirklich wüsste, dass wir hier Eisen brauchen bei dieser Baustelle. Ach so, da müsste vielleicht irgendwie noch ein Fenster hin. Ne, das Fenster ist hier. Okay, dann müssen wir da Erde hin machen wohl. Oder muss das Fenster doch nicht hier sein? Ich weiß es nicht. Na, ist schwierig, ne? Oh. Ja. Gut. Hm. Was ist denn da? Also, ich muss auch versuchen, Kies zu kriegen. Okay. Ich mache ganze Seen kaputt. Aber zumindest leben hier keine Fische. Obwohl doch hier leben wir Fische in Seen. Wenn man sie nicht sieht. So. Da muss auch noch ein Hüftein hin. So. Passt. Passt. Da auch noch einer. Passt. Okay, das ist erstmal okay so, denke ich. Ich glaube, da müssen wir noch höher, oder? Weiß ich nicht. Ich kann noch nicht nach dem Platz. Du bist nicht da, ne? Lass das Eisen einfach mal liegen. Zum Glück habe ich so viel Erde. Okay. Sieht schwierig aus hier momentan, wie ich bauen muss. Machen wir, glaube ich, da erstmal weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Kies für den ganzen Weg. Obwohl eineinhalb Stacks ist doch nicht so das meiste. Und da muss auch einer hin und da auch einer. Und hier geht der Weg, ja. Und. Aber ich habe nur noch zwei Steine, sehe ich gerade. Das ist ja nicht so viel mehr. Wie? 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 Die Stadt ruckelt so ein bisschen. Da ist nicht. Ja, hier habe ich auch einen Ruckler drin irgendwie. Als ob da irgendwas mit dem Server nicht so ganz rund läuft. Kann man hier sehen. Harnclay ist das. Da muss ich, glaube ich, erst was abbauen, ne? Ne, ne, mit dem Server läuft alles richtig. Ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in der Stadt liegt, dass irgendwie so viel passiert, weil da sind ja die ganzen Villager und sowas. Ich wollte gerade sagen, da vorne läuft jemand. Ich habe immer so ein Schaf auf dem Drehband. Ich hatte erstmal ein paar Steine hier ab. Meine Wege sind schnurstracks gerade ausgebaut. Da ist Wasser. Okay. Das hatte ich schon wieder vergessen, dass hier an der einen Seite Wasser gibt. Ah, da ist auch Wasser. Gut. Eine Schafel habe ich jetzt nicht mehr, aber dann will ich gerade hier schon mal mit. Okay, da ist auch Wasser. Clay ausfüllen. Clay nicht. Rebel. Okay, dann müssen wir das so zumachen, dass das Wasser weg ist. Dann bauen wir da halt nicht mehr ab. Das lassen wir jetzt dann sein. Gehen wir erstmal hier durch. Das ist gleich bestimmt meine Dingens kaputt. Nee, Leben hatte ich nicht mehr. Machst du noch Leben? Leben eher oder meins oder was? Nee, Leben. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie das aussieht. Orange wahrscheinlich. Nee, hier ist das Holz. Nee, ich habe kein Leben. Gut, dann muss ich mal mit der U-Bahn fahren. Hier muss ich hin. Ach, da ist Wasser. Was ist das für... Ah, das erklärt einiges. Wenn man so ein HD-Texture-Pack hat, wenn man dann noch Blöcke hat, die irgendwie nicht so HD raussehen. Okay, da ist auch Wasser. Na, komm schon da. Richtung Strand, Richtung Hölle. Passt. Kann mir auch jemand sagen, wie ich nach Hause komme? Wo ist denn zu Hause? Jetzt ein Fuchsboer. Fahrkarte bitte hier drücken. Wahrscheinlich bitte hier drücken. Jetzt ist meine Axt weg. Gut, dann wollen wir mal hochkommen erstmal. Da sind die Öfen. Dann stecken wir das dann erstmal was rein, oder? Ach, Quack, das war verkehrt. Stickys hatte ich alle dir gegeben, ne? Genau so ist es wohl. Eisen hab ich aber noch. Die müssen in der Truhe liegen. Okay. Ich hab keine mehr. Ich bin unschuldig. Okay, gucken wir mal, ob das stimmt. Oder ich hab's ja alle verbraucht. Ah, da sind Stickys da, so ist es nicht. Gut, ich bin unschuldig. So, ich glaub, jetzt sind wir hier gleich schon da, ne? Ja, da ist es. So, das kann dann... Ah, nicht weggeschmissen werden. Das war ja wieder super. Man sollte es dann auch bauen, ne? Oh, hier ruggelt ja noch mehr. Nicht einfach nur Erfolg erzielt. Technischer Fortschritt. Zwei Stück. Guck mal an. Hier unten war das. So. Dann war's das erst, oder wie? Gucken wir nochmal in der Truhe, was da drin ist. Da werden noch drei Steine mehr. Steine brauchen, hast du gesagt? Steine müssen wir haben, ja. Oh Gott, ich hab ja ganz viele gerade gefunden. Und es ist schon wieder Nacht. Krass. Sollen wir gerade pennen gehen? Hast du ein Bett in der Nähe? Ja. Hier sind sogar ganz... Oh Gott. Hier sind so viele Materialien. Hotel oder was? Ich liege. Ich liege, du kannst auch liegen. Ja, ich glaube auf meinen Kürbis. Na dann. Das ist schon ewig nicht mehr. Ist im Bett? Nee. Ich weiß nicht mehr, wo es hoch geht. Ach, da war noch ein Alter, genau. Ja, ist gerade super, hier im Bett zu liegen und es passiert nichts. Schon gemütlich, bestimmt. Oh, toll warm, ja genau. Zieht hier nur gerade im Vorraum, weil keine Türen da sind. So, jetzt liege ich. Du liegst auch? Wow. Ja. Cool. Und da geht's weiter. Oh, nicht schon wieder. Äh, da will ich jetzt nix haben. Die 18 Steine kann ich gerade mal basteln. So, jetzt haben wir's aber geschafft. Da muss man noch was tun gerade. Sonst braucht man ja immer draußen. Shift-Taste bitte drücken. So, jetzt haben wir das auch geschafft mit den Steinen. Jetzt haben wir noch 16 Steine. Guck ich zu, dass ich das da oben hinkriege. Da oben muss noch einer hin. Geht der von hier? Ja. Äh, hier ist jetzt das Fenster. Kann das sein? Jo. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Stein hin. Und der... Ja, muss ich gucken, wie das Fenster wird. Das ist ja hier jetzt schon zu bauen dann, glaube ich. Ja, finde ich auch. Okay. Sieht das denn von da aus mit dem Fenster dann? Ich muss das mal so fassen. Schließlich wollte ich... Schaukel ist aber hier gerade, halt. Das heißt, da muss, glaube ich... ...einen Hilfstein hin, ne? Ich glaube ja. Genau, ich wollte meine Sachen... Da so einer, da so einer. ...einsortieren, die ich habe. Zum Beispiel den ganzen Dreck. Und... Und da muss so einer hin, glaube ich. Einsortieren muss ich ja nicht, weil das kann man ja automatisch. Das macht das ja automatisch. Ja, das sieht symmetrisch aus. Das würde bedeuten, dort muss auch noch ein Stein hin. Da kriege ich den von hier reingebaut. Oh, das geht. Ich glaube ja. Ganz für Ehre. Da brauche ich die. Passt, oder? Muss ich nur gucken, dass ich da gleich hochkomme, ne? So, da muss noch einer hin und kriege ich doch von hier irgendwo, oder? So, jetzt kann ich nochmal unten rein. Ne. Das ist für den Weg, aber ich muss erstmal... Gut. Steinziegel. Da muss einer hin. Ich möchte mal nicht alle wegnehmen. Lass ich noch ein paar drinne. Na, komm schon. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal eine riesige Ladung Steine für dich. Okay. Wunderbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf fertige Stacks, also zwölf mal 64. Okay. Und dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 fünf Stacks, noch nicht fertig, oder? Ich war auf Pantons, jetzt muss ich rein. So, wie sieht das aus? Das müsste jetzt passend sein, ne? Ich wollte Orange Stained Clay noch haben. Sieht ja wohl aus. Da muss ich lang. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich hier was baue. Auf die Tür. Und runter. Ach, hier. Gut, gucken wir uns das Fenster an. Das ist, glaube ich, passend. Die Steine müssen da noch weg. Da muss noch einer hin, ne? Genau. Rechenhaus, ja. Genau, gut. Okay, dann müsste er... Ich habe keine Erde mehr, kann das sein? Tatsächlich kaum zu glauben. Rechenhaus, bretter. Ja, warum? Da saßen nur die Reisensachen. Da muss man, Damakashi, doch so ganz viel kleben. Ja? Ja, ich glaube schon. Muss ich mal in ihr Haus gucken. Ist auch ein kleines Lager unten drin. Okay. So, gucken wir mal, dass ich diese neue Treppe jetzt erstmal benutze. Geht, wunderbar. Dann mache ich das Gewölbe erstmal hier fertig. Die Treppe war das. Erstmal hier wieder heile machen. Gesundheit draufladen. Oh, das ist nicht allzu viel. Gut. So. Jetzt drüber mal legen. Ja. Den Weg könnte ich rein theoretisch mit dem Leben drei erweitern. Okay, ich gucke mir das mal an. Den Weg? Ne. Oh. Meine Kuppel. Und das sieht so ganz gut aus. Ich glaube, es klappt. So, Steine muss ich jetzt wieder haben. Aber ich glaube, die Steine, die bauen wir nächstes Mal weiter, ne? Ich wollte es auch gerade sagen, aber du hast natürlich wieder alles vorweg genommen. Ja. Konnte ich ja nicht ahnen, ne? Oh, da ist keine Kohle mehr im Ofen. Aber ist das Kohle? Ja, ich kann da noch Kohle nachlegen. Also kein Problem. Kann da weiter kochen. Da sind auch noch welche drin. Und haben wir im letzten was gehabt? Nein. Also wie gesagt, ich habe ordentlich Steine. Gut, prima. Ich habe jetzt auch noch welche sozusagen. Wie Weihnachten dann für dich. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir nächstes Mal. Aber weiter. Nicht diesmal. So. Ich werde dann... Ich feiere gerade die U-Bahn. Nächste Folge... Ankommen. Ankommen. Okay. Nächste Folge bin ich dann schon da. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen... Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... Wenn ihr das nächste Mal... Auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.